Es ist absolute Stichzeit für die Herren von Eskimo Callboy, die jetzt hier erstmal im Interview mit uns sind. Und gleich werden wir die nochmal ranholen für eine Runde Bierponks. Wie geht's euch? Ja, ich bin gerade wieder am Ausnüchtern. Wenn man um 12 eine Show gespielt hat, dann hast du den Höhepunkt auch so kurz vor 12. Deswegen krieg ich mich gerade wieder ein. Aber die Bierchen stehen ja schon wieder bereit. Weil du kriegst an jeder Ecke irgendwo ein Bier zugesteckt. Das ist fürchterlich, ne? Ja, meine Mama wird sich schämen für mich. Das ist egal. Das hat aber nichts mit dem Bier zu tun. Das war sogar um 9 Uhr, haben wir das erste Bier aufgemacht. Da habt ihr alle noch geschlafen, glaube ich. Und dann sind wir irgendwann um 11 Uhr hier aufgeschlagen, sind auch direkt auf die Bühne. Und von da aus dann Vollgas, ne? Aber war gut, sehr viel Spaß gemacht. Macht das die Konstitution mit, zu so einer Zeit auf der Bühne zu stehen? Kriegt man das hin? Ja, wir versuchen halt, dass sie, wir versuchen halt auf einem Level zu sein, dass du die Konstitution nicht mehr so merkst, einfach, ne? War ja richtig gut was los. Ihr wart ja dafür, dass das jetzt ein früheres Lot war, sowas wie der Espresso. So hat sich das auch angefühlt, ja, ja. Ne, das ist so, als wir ankamen, waren die ersten dreien reingefüllt und dann denkst du so, ach du scheiße, ey. Jetzt bist du am halb am pennen und die Leute sind auch halb am pennen. Aber das wurde dann im Laufe der Zeitraum, ich habe gehört, dass es ein bisschen mit der Security irgendwie ein bisschen gedauert hat, dass die da rein konnten und so. Da haben wir ein bisschen mehr aufgepasst momentan. Aber im Laufe unseres Sets war es dann doch schon voll. Ich weiß nicht, ob die Leute nur gucken wollten, was die Idioten da vorne machen oder ob die wirklich Musik hören wollten. Aber, also, wir hatten Spaß. Also, so wie das für mich aussah, hat das Publikum auch eine Menge Spaß. Ja, das Problem ist so, wir haben ja viele Springparts und in dem Matsch ist das Springen halt immer ein bisschen schwieriger, ne? Ja, da musst du, aber ihr seid doch alle vom Pokémon Go hier, alle von den Beinen her sehr gestärkt, deswegen ist das Springen auch einfacher, ne? Habt doch richtig, richtig Beinmuskulatur. Es ist der Matsch und... Hier kannst du ja nichts fragen auf dem Gelände, ne? Deshalb fahren wir auch gleich wieder. Nein, es ist ja der Matsch und es ist Tag 3. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, als ihr eine Band, die es schafft, um die Uhrzeit an Tag 3 in Wacken so viele Leute zu mobilisieren, äh... Also, jetzt habe ich kurz deine Zunge... Jetzt habe ich kurz deine Zunge an meinem Sack gespürt. Ja, das war, äh... Warte gleich ab. Wir sind aber heute in allererster Linie eigentlich hier, um ein bisschen Sport zu machen. Ja, da sind wir immer gerne für zu haben, ne? Ihr seid mit den Regeln von Bierpong vertraut. Noch nie gespielt, aber alles, was mit Trinken zu tun hat, das können wir eigentlich nur gewinnen. Du siehst mich jäh überraschen. Jeder von uns, jedes Team, also Team EMP Rock Invasion und Team Eskimo Callboy, darf sich einen dazu holen. Geil. Ich würde sagen, wir nehmen einen von hier vorne, oder? Ja. Bei diesem Bierpong Derby standen sich zwei Teams aus gestandenen Sportsmännern und einer Sportsfrau gegenüber. Natürlich ging es eher darum, die weniger schlechte Mannschaft zum Sieger zu küren. Und hier tat sich Team EMP Rock Invasion bestehend aus einem Düsseldorfer, einem Kölner und einem Gast des Backstage Clubs besonders hervor. Dass dann ausgerechnet das Kind, das beim Völkerball immer als letztes in die Mannschaft gewählt wurde, Team Eskimo Callboy mit einem sensationellen Matchball demütigte, hätte wohl auch niemand erwartet. Mal abwarten, vielleicht kommt es ja irgendwann zur Revanche. Ich habe ausgeregotten, dass du siehst. Mal abwarten, vielleicht kommt es ja irgendwann zurück. Ich bin jetzt einfach nicht zur Revanche. Ich bin jetzt ein bisschen mit dem Waffen.